Foto-Move Wenn wir über Kunst geredet haben, vermengte sich das ja auch immer mit der Frage nach dem Kunstmarkt. Und da dachte ich, na das müssen wir doch heute mal separat aufgreifen und ich stürze mich einfach mal gemeinsam mit euch in dieses Hasenloch. Die Hasen springen in ihr Loch sozusagen und schauen mal, was uns da begegnet. Seht es als Einstieg ins Thema. Ich glaube, das Thema ist so komplex, das wird uns noch ein bisschen verfolgen. Aber ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Ja, wie immer am Anfang für alle, die neu sind, die vielleicht die Sony A1-Geschichte am Dienstag gesehen haben oder irgendeine andere Technik-Folge am Dienstag, die wundern sich vielleicht, wo bin ich denn jetzt hier gelandet. Jeden Freitag findet auf Foto-Move der Foto-Talk statt. Das heißt, um 20 Uhr geht es für rund eine Stunde live. Ganz oft habe ich Gäste. Manchmal ist es aber auch themenbezogen. Und es geht nicht so sehr singulär um Fotografie, sondern ganz, ganz wichtig ist hier der Blick über den Tellerrand. Wir reden fast nicht über Technik, sehr viel über Kunst und Kultur und das, was uns Fotografen und Fotografinnen ja auch eigentlich im Kern beschäftigen sollte. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch auch in Zukunft da anschließt. So, und für alle, die jetzt denken, wann geht es denn los? Es gibt immer eine etwas längere Vorrede. Heute auch. Ich habe hier so einen Zettel liegen. Deswegen schreibe ich unten unter das Video, sobald es dann veröffentlicht ist, morgen. Heute ist ja die Aufzeichnung quasi, die Live-Show. Sobald es dann für euch zur Verfügung steht, unten den Timestamp. Und ihr könnt direkt zum Anfang des Hauptthemas klicken. Ihr müsst also nicht die ganze lange Vorrede anschauen. Dadurch habe ich jetzt ein bisschen Luft für eine lange Vorrede. Und möchte natürlich als allererstes, weil sich das gehört und weil ich ein höflicher Mensch bin, meinen Chat begrüßen. Ja, herzlich willkommen. Und ich mache es ja, wie gesagt, jetzt immer kurz alle miteinander. Ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich da seid. Ich habe eben schon gelesen, die Andrea ist heute wieder beim Stammtisch und wird sich das später anschauen. Dann fühlst du dich morgen nochmal separat gegrüßt. Aber sonst ganz viele bekannte Namen. Und ich freue mich natürlich sehr. K&M sagt mir noch nichts. Herzlich willkommen in der Runde. Schau mal eben. Bildhunger war aber, glaube ich, auch schon immer mal wieder da. Malte Bickel. Moin Moin. Schöne Grüße vom Nord-Ostsee-Kanal. Doch da, du warst auch schon mal da, oder? Ja, also eine nette, sehr familiäre Runde hier. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt losgeht. Ich möchte diesmal ganz zu Anfang ein bisschen Werbung für nächste Woche machen. Das mache ich nämlich, finde ich, fälschlicherweise. Sonst oft erst am Schluss und dann geht es ein bisschen unter. Denn in der nächsten Woche wird uns auf jeden Fall oder wird mich hier wieder ein Gast begleiten. Und auch das ist ein ganz alter, guter Freund von mir. Das ist der Volker Köster. Und der Volker ist Filmemacher. Und macht im Moment, und das hört sich wahrscheinlich witzig an, das wird bestimmt auch das Thumbnail, eine längere Dokumentation über Schäfer. Ihr habt richtig gehört. Die wenigen Schäfer, die es noch gibt, die tatsächlich Schafe hüten. Und da mag jetzt bei dem einen oder anderen von euch ein Fragezeichen sein. Warum Schäfer? Was soll das Ganze? Ist das überhaupt ein Thema? Aber ich fand das sehr gut. Der könnte auch noch zu 10.000 anderen spannenden Sachen erzählen. Vielleicht entlogge ich ihm da auch noch was. Aber ich fand das so spannend, weil ich euch ja auch immer anrege, macht doch einfach Themen, die euch am Herzen legen. Findet Themen, wo ihr sie nicht erwartet. Und greift einfach mal was auf, was im ersten Moment ja auch nicht so Mainstream und mit Verlaub etwas anbiedernd ist, dass alle Hurra schreien. Also Schäfer ist definitiv im ersten Moment so ein Thema, wo man ein Fragezeichen über Kopf hat. Aber ich denke, er wird das ein oder andere dazu auch mitbringen und aufklären. Und genaueres werden wir dann am nächsten Freitag. Zweites wichtiges Thema. Wie ihr ja wisst, der ein oder andere mäkelt da ja auch schon mal ein bisschen dran rum. Ich kann es trotzdem nicht ändern. Ist auf diesem Kanal ja jetzt Werbung geschaltet. Und am Anfang fand ich ja noch ehrlich gesagt sehr lustig, dass bei meinen kritischen Luminar-Videos zum Beispiel Skylum für Luminar dann Werbung geschaltete. Also da kann ich dann auch drüber schmunzeln. Und ich bin auch nicht so richtig pingelig. Da ist dann aller möglicher Blödsinn. Das sehe ich ja schon mal, wenn ich so Videos kontrolliere. Also ich bin nicht so selbstverliebt, dass ich mir jedes Video auch selber noch stundenlang anschaue. Aber man schaut ja mal rein, dann sieht man Werbung. Und das ist dann mal, was weiß ich, Knorr, Maggi-Fix oder irgendwas. Alles soweit Tutti Frutti. Aber in der letzten Woche, und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, in der letzten Woche oder den letzten 14 Tagen tauchte unter anderem auch eine sehr merkwürdige Werbung auf. Ein ziemlich schnöseliger junger Mann vor sehr teurem Auto quatscht irgendwas in die Kamera und sagt sinngemäß, ja, wer als Fotograf, es gäbe ja Fotografen, die würden nur 5000 Euro im Monat verdienen, aber das wäre ja viel zu wenig und er hätte irgendwie die Tipps, dass es schnell auch 10.000 werden. Und das sah alles schon ganz merkwürdig aus. Ich habe auf seiner Seite nachgeschaut und ich sage es mal kurz nach meiner Einschätzung, die klassische Masche, Leute auf die Seite locken und dann kann man da irgendwie ein Business-Coaching bekommen. Aber wenn man genau hinschaut, dann verkauft er eigentlich die Möglichkeit, selber Business-Coachings zu machen. So, und ich will das böse Wort Pyramidenschema da gar nicht in den Mund nehmen, aber das roch alles äußerst faul. Ich habe ehrlich gesagt sogar überlegt, dazu mal eine Sendung zu machen, aber ich bin ja hier schon oft sehr kritisch und sage Sachen, aber mich jetzt noch mit so einem schnöseligen jungen Unternehmensberater anlegen und nachher hier auch noch Ärger bekommen, in dem Fall war es mir das dann zumindest nicht wert, aber ich war sehr erschrocken und dachte, und für so einen Scheiß läuft jetzt Werbung auf meinem Kanal. Und ja, ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, das geht zwar nur beschränkt, aber die Werbung, wenn sie so schlimm ist, wie das, was ich gerade geschildert habe, auch abzuschalten. Ich bräuchte aber ein bisschen eure Hilfe, ich kann ja wie gesagt die Werbung selber gar nicht so häufig sehen. Nochmal, in einem ganz weiten Bereich ist mir das relativ egal, für welche Produkte da Werbung gemacht wird. Und ich will da auch nicht überkritisch sein, aber da, ihr habt glaube ich den Unterschied schon verstanden, ihr seid ja schlaue Menschen, da war es offensichtlich, nee, das wollte ich euch nicht antun. Wenn ihr also sowas seht, und da hatte mich unter anderem auch der Jürgen drauf hingewiesen, weil der das auch ganz lustig fand, ich hatte ein Video gemacht zu Einkommen von Fotografen und dann wurde direkt sowas geschaltet, also wenn ihr so etwas seht, dann teilt mir das doch bitte mit, vielleicht an info at fotomove.de, so als Mail, ihr müsst ja nicht noch mehr Werbung für den Typen machen, indem ihr es unter die Kommentare schreibt, aber macht es, wie auch immer ihr wollt. Wenn solche richtigen Knaller dabei sind, wo ihr denkt, nee, das ist ja wirklich nichts, dann werde ich mich bemühen, diese Werbung zu sperren. So, Bildhunger kennt den Schnösel noch gar nicht, den musst du auch wirklich nicht kennenlernen. Also so ein, es gibt noch ein zweites Video von dem, das habe ich aufgeschaltet gesehen bei Stefan Wiesner, da fährt der mit einem Porsche durch die Gegend, da geht es eben auch nicht um Fotografie, da geht es nämlich im Kern auch gar nicht rum, da fährt der Porsche durch die Gegend, dann sind so schnelle Umschnitte, dass er total im Stress ist und viele Termine hat, aber ein Kunde hat angerufen und er wird sich die 10 Minuten für den Kunden natürlich Zeit nehmen. Also nochmal, eigentlich würde ich euch fast gerne auf die Seite schicken und dem mal ein paar Kommentare hinterlassen oder Mails schreiben, dass er so ein Blödsinn sein lassen soll, aber genau so etwas soll man ja nicht tun. Ihr merkt es, ich habe den Namen auch nicht genannt, ich habe die Seite auch nicht genannt. Es gibt ja viele solcher Seiten leider und ja, informiert mich da bitte, weil sowas, das ärgert mich doch tatsächlich sehr. So, dann kam Werbung mit YouTube Geld verdienen. Ja, wie gesagt, man muss da, also nicht jetzt irgendwie nur Werbung, die euch einfach nicht gefällt oder ein Thema hat, das euch nicht interessiert, das würde ich jetzt auch nicht sperren. Ich habe auch nur eine begrenzte Sperrmöglichkeit, sondern wenn es wirklich in die Richtung geht, naja, kann da was, naja, suspicious sagen die Engländer, also was Merkwürdiges hinterstecken, was tatsächlich dann auch nicht mehr gut ist. So, damit haben wir die wichtigsten Eingangsthemen dann auch abgehakt und ich würde mal sagen, wir kommen, stürzen uns doch einfach mal ins Thema. Ah, geht eigentlich mein Wusch? Sehr schön, nach diesem wunderbaren Wusch steigen wir ins Thema ein. Wir haben ja ganz oft über Kunst und Kultur und alles Mögliche gesprochen und mir fiel so auf, dass in den Diskussionen auch der ein oder andere von euch, wenn ich so beschrieben habe, was denn eigentlich Kunst sein kann und ich mache ja keinen Hehl daraus, ich möchte euch ja auch ein bisschen die Augen öffnen und das Herz öffnen, auch mutiger zu werden, nennen wir es mal sehr grob, künstlerischer zu werden, thematischer an die Fotografie ranzugehen, die Technik wirklich nur am Rande als Hilfsmittel zu betrachten, mutigere Themen aufzugreifen, nicht so sehr danach zu fiebern, wie manch einer, ihr kennt das, dass man gemocht wird, dass man in diversen Amateurforen wie der Fotocommunity halt möglichst viele Freunde hat. Das kann man ja aus Geselligkeit nebenher auch noch machen und da ja auch ein paar Lokfotos irgendwie einstellen, aber eure hauptsächliche Arbeit und Beschäftigung mit Fotografie, da wäre mir halt, und deswegen habe ich diesen Kanal ja mal gegründet, sehr dran gelegen, wenn ihr da eben, ja, über den Tellerrand schaut und den Horizont so weit wie möglich erweitert. Und da laufen manchmal so Dinge durcheinander, weil ja Kunst auch als Beuys Thema war, Kunst auch immer, ja, warum verdienen die denn so viel Geld, warum sind denn da irgendwie die, die, der Kunstmarkt so seltsam und so. Und wie gesagt, heute als Einstieg ins Thema einfach mal so ein paar Dinge, die ich für euch herausgesucht habe. Und ich glaube am wichtigsten, und mich hat es echt umgehauen, das muss ich gestehen, ist doch mal die Frage, welches ist denn überhaupt das teuerste Bild, also Bild allgemein, das teuerste Bild, das auf irgendeiner Auktion verkauft wurde, womit wir eigentlich schon beim Thema sind, nicht das teuerste Bild, das in einem Museum hängt, denn da geht es, außer was Versicherungsfragen angeht, ja gar nicht so sehr um Werte, die sind, man sagt so schön, manchmal auch einfach unbezahlbar, aber das teuerste Bild, das am Markt gehandelt wurde, das offiziell auch verkauft wurde und für das Kohle geflossen ist. Und ja, das ist tatsächlich, kann ich den Chat hier noch einschalten? Ja, kann ich, sehr schön. Das ist tatsächlich Leonardo da Vinci's Salvatore Mundi. So, dann sieht man es schon, es ist eben nicht die Mona Lisa, wie viele vielleicht erwarten würden. Die hängt da brav im Louvre, bis auf die Tatsache, dass sie mal geklaut wurde, ist die auch nie wieder am Kunstmarkt gelandet, deswegen kann man das nur schätzen vielleicht. Ja, aber das Wichtigste an dieser Seite jetzt hier vielleicht, ist ja nicht die Mona Lisa oder Leonardo da Vinci, sondern die Zahlen darunter. Und ich hoffe, ihr habt gute Augen, die euch gleich dann tränen. Dieses Bild ist tatsächlich für 450,3, also 450 Millionen 300.000 Dollar verkauft worden. Das sind umgerechnet, ich habe eben geguckt, heutiger Umrechnungskurs, 374,1 Millionen Euro. Das ist schon, das ist schon ein Hammer. Das ist fast in Dollar eine halbe Milliarde, die für dieses Bild gezahlt wurde. Und ich habe es jetzt nicht nochmal rausgesucht, ich hoffe, ihr folgt mir auch alle auf Facebook, Foto Move Broadcast. Da hatte ich letzte Woche schon mal so ein witziges Bild gepostet, eine Mona Lisa, die so kritische Anmerkungen vom Werbeteam enthielt, dass da eigentlich alles falsch war und die sollte anders gucken und das müsste alles noch anders gemacht werden. Schaut euch das einfach mal auf Facebook an und das würde man hier natürlich auch machen können. Aber klar, es ist Leonardo da Vinci und man kann sich natürlich bei seinem Ruf, und da sind wir schon beim Thema, und bei seinem, ja, fast Gott-Status, ist das übertrieben, kann man sich tatsächlich schon vorstellen, warum da diese Preise sind. Der Till schreibt, Schnäppchen, der Jonathan umgerechnet 8 Bitcoins, ja, eigentlich eine Kleinigkeit sozusagen. dann muss dem Käufer das Bild tatsächlich sehr wichtig gewesen sein. In dem Fall weiß ich nicht, ob das bekannt ist. In 99% der Fälle, insbesondere wenn viel Geld bezahlt wird, erfährt man nicht offiziell, öffentlich, wer es gekauft hat. Das sind Privatleute und private Konsortien, das vielleicht schon mal so erklärt. und natürlich durch die irre Bewegung am Kunstmarkt, da geht ja ganz schnell, vielleicht wird das, stellt euch mal vor, die wollen das jetzt wieder verkaufen, dann bringt das vielleicht nur noch, ja, 350 Millionen Dollar. Ist ja auch noch ein Riesenbetrag, aber dann haben die ruckzuck mal 100 Millionen verloren. Das ist schon ein Spekulationsobjekt und das ist eben auch das Thema in diesem hochpreisigen Bereich. Der Ottmar schreibt, stimmt, der macht nichts Neues mehr und das Bild kommt wahrscheinlich in einen Tresor. Insofern, da gebe ich euch recht, das ist natürlich auch was Besonderes. Ich hoffe, ich habe noch richtig im Kopf, ich sehe jetzt immer selber nicht das nächste Bild, das ich euch zeige, aber hier sind mal die teuersten Kunstwerke, die zehn teuersten offizielle schöne Quelle hier. Statista hat das tatsächlich mal aufgelistet. Da ist oben halt das von mir erwähnt und ihr seht, 450 Millionen, das ist schon eben auch ein ganz schöner Hammer auch in der Kunstwelt. Dann kommt auf Platz zwei ein Picasso, ein Modigliani auf Platz drei, nochmal sehr beliebt, auch auf Platz vier. Francis Bacon ist dabei, Jackson Pollock ist dabei, Willem de Kroning, boah, die Schrift ist so klein, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen besser lesen, aber was ihr seht, ich glaube, bis auf Munk, der Schrei, das ist das Vorletzte, sind es jetzt eben auch nicht die Bilder, von denen ihr vielleicht bei den jeweiligen Künstlern annehmen würdet, die sind es. Die Künstler haben oft bekanntere Bilder, die wir häufiger sehen und das eben nochmal als Hinweis, das sind oft zumindest eben, ist dieser Kunstmarkt neben dem Musealen eben ein eigener Markt und die Museen kaufen ja auch an, wenn sie können, also wenn das Gefühl besteht, dass sein, was weiß ich, national besonders wichtiger Künstler da jetzt irgendwie verramscht wird oder ja, das Bild da wirklich, sagen wir mal so ein bisschen platt, in schlechte Hände geraten kann, dann springen ja auch Museen und Staaten schon mal ein und sagen, na, bevor das jetzt wirklich im Tresor landet oder irgendwo verfeuert wird oder verschwindet sogar, es verschwinden ja auch Bilder, dann beißen wir lieber in den sauren Apfel und kaufen das, um das eben als kulturelles Werk für die Welt auch zu bewahren. Also das muss man bei diesen hohen Preisklassen natürlich dazu haben. Der Doc fragt, ob Andy Warhol da nicht gegen sein eigenes Interesse gearbeitet hat. Das ist eine sehr interessante Frage, weil genau das Thema hat Andy Warhol ja aufgegriffen und hat gesagt, diese ganze blöde Galeriekunst für viel Geld, ich mache jetzt massenreproduzierbare Kunst und hat ja in hohen Auflagen gearbeitet. Und damit, lieber Doc, hat er dann natürlich auch richtig viel Geld verdient, vielleicht sogar mehr, weil zwei, drei Einzelmeisterwerke zu verkaufen und dafür Millionen kassieren oder von hundert verschiedenen Motiven jeweils Tausende und Abertausende auch für viel Geld zu verkaufen. Das kann sich durchaus rechnen. Aber ich glaube auch nicht, dass das sein Ziel war. Ihm war eher der Faktor des Berühmtseins und die Frage des, hat die Sache an sich eigentlich einen Wert oder das, was drumherum existiert. Das ist eine Frage, zu der wir gleich auch nochmal kommen. Also ist in dem Preis, Entschuldigung, in dem Feld Warhol eigentlich ein, ja, er macht das ja satirisch, satirisch witziger Kritiker dieses ganzen Systems und da ist er ja auch nicht der Einzelne. So, der Arnold fragt natürlich zu Recht die Frage, die die vielen anwesenden Fotografen jetzt auch interessiert, was gab es denn für das teuerste Foto? Und ja, das sieht tatsächlich schon, wie sagt man, ein klein wenig anders aus. Und das ist es. Ihr seht, ich kann nicht so richtig wildschirmfüllend die Fotos zeigen. Ich mache ja, das sind ja journalistische Zitate, die ich hier mache nach dem Zitatrecht. Ich zitiere eben die Seite Weiß, die das veröffentlicht hat. Das ist das aktuell teuerste weltweite Foto. Es ist nicht der Gurski, den wir immer mal gerne so in den Raum hauen. Zu dem komme ich aber noch, sondern es ist tatsächlich dieses Bild. Und ich muss einfach nur mal runterblättern. Das teuerste Foto der Welt ist das Bild Phantom des australischen Fotografen Peter Lick. Und es hat für 6,5 Millionen US-Dollar den Besitzer gewechselt. Zitiere ich da jetzt aus der Weiß. Und dieses Bild ist tatsächlich relativ kritisch aufgefasst worden. Und auch der der Fotograf ist, wenn man so will, relativ kritisch gesehen worden, weil er es eben auch schon sehr auf hohe Preise angelegt hat. Er verkauft wohl nur über seine eigene Galerie. In manchen Dingen ist das auch ein bisschen wohl undurchsichtig. Und motivlich entspricht das ja auch so ein bisschen den Blickfangmotiven. Das ist ein ganz tolles Foto, ohne Frage, aber den Blickfangmotiven, die ich eher auch hier ein bisschen kritisch bewerte. Das heißt, die Kunstwelt, jetzt kann ich sagen, ich bin ja eins mit der Kunstwelt, was so Inhalte angeht. Die Kunstwelt hat gesagt, naja, aber es ist ein schönes Landschaftsfoto und eine tolle Situation, diese aufsteigende Sandnebel, der da quasi auch in der Mitte zu sehen ist. Aber ist das jetzt Kunst, die so einen hohen Wert hat? So, das stand auf jeden Fall da auch in der Kunstwelt definitiv in Kritik. Aber er schafft das halt, den Hype zu erzeugen. Ist auch eine Kunst, wenn man so will. Er schafft das, den Hype zu erzeugen und macht da einfach ein gutes Geschäft für sich daraus. Gurski ist immer noch vorne dran. Ja, der Gurski, der beschäftigt euch natürlich immer, weil er wahrscheinlich uns auch hier aus der Gegend kommt, irgendwie ein bisschen näher steht. Der Achim schreibt, das ist eine Spielwiese für Milliardäre. Ja, ich glaube, es ist aber auch eine Spielwiese für Millionäre und auch weniger, weil es ist natürlich, ich glaube, eine Spielwiese für Zocker, würde ich eher sagen. Denn ihr könnt von einem armen Künstler ein Werk kaufen und unter Umständen ist das in zehn Jahren das zehn- und hundertfache Wert. so ein bisschen wie beim Pferderennen. Wenn man Experte ist, man weiß irgendwie, wie sind die Pferde so druff, wie waren so die letzten Rennen, was haben die so gemacht, wo kommen die her, welches Potenzial haben die und dann wettet man. Also ich glaube, es ist was für Zocker und in manchen Bereichen, natürlich, wenn man jetzt einen Leonardo da Vinci kauft, kann man zwar Geld verlieren, aber da kann man auch relativ sicher sein, dass die nicht total im Wert verfallen. Ja, und auch hier, die Schrift ist da auf dem Bild normalerweise nicht, es hat auch ein anderes Format, aber Design Lover hat da einen schönen Artikel zugebracht. Die teuerste Fotografie der Welt, Reihen 2 von Andreas Gurski. Und bei Gurski ist es halt so eine Sache, da stehen natürlich viele von euch und der wird ja immer, ich finde das eigentlich nicht fair, der wird ja immer so als schlechtes Beispiel genommen. Andreas Gurskis Bild hat noch immer das zweitteuerste, ich glaube mit dreieinhalb Millionen, also auch deutlich unter den sechs, die wir gerade hatten, aber ist schon immer noch ganz vorne mit dabei. Seine Bilder werden halt teuer gehandelt. Und es stimmt, man kann das auch kurz sagen, das Bild in der Fotocommunity würde abgestraft ohne Ende. der Fotograf, der Gurski würde da keine Freunde kriegen. Alle würden sagen, was soll das, ist ja langweilig, ist ja nichts drauf. So, und da sind wir natürlich beim Bereich konzeptionelles Arbeiten und wie man in bestimmten Dingen auch am Ball bleibt. Denn man muss eben sagen, und da spielt die Künstlerpersönlichkeit eine Rolle, ob Gurski jetzt ein guter Geschäftsmann ist, kann ich nicht sagen, das ist er vielleicht auch noch. Aber er ist auch sein Leben mit solchen Themen beschäftigt. Und das ist eine digitale Aufnahme, sehr groß wird die präsentiert, also ein sehr, sehr großes Bild, sehr, sehr fein. Irgendeiner schrieb in einem anderen Artikel so ein bisschen als würde ein Pixel-Pieper von heute seinen Sensor testen, also sehr, sehr detailreich gearbeitet, aber auch bearbeitet, denn auf dem Ursprungsfoto war da noch ein Mensch drauf und auch Gebäude, die wurden auch wegretuschiert. Aber man muss eben auch sagen, an dieser Thematik, an der großen Darstellung, an der Symbolik, die ja auch sehr an die Bechers erinnert, an diesen kühlen, bescheidenen Stil der Bechers, da ist er auch schon seit vielen Jahrzehnten dran. Gurski hat schon, und das ist eben auch, manchmal muss man die Chancen der Zeit nutzen, hat schon Anfang der 90er Jahre digital gearbeitet und begonnen, digitale Bearbeitung an seinen Bildern zu machen, zu einer Zeit, in der das noch völlig nicht en vogue war. Also Anfang der 90er galt das noch als gar nicht schick, Fotos oder Bilder digital zu bearbeiten. Das führte eher zur Kritik, da hätte der Kunstmarkt gesagt, um Himmels Willen, sowas kann man nicht tun. Aber er ist eben lange dabei dabei und dabei geblieben. Der Klaus schreibt, er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort für Leute, die zu viel Geld haben. Also, ja, man kann ja nicht abstreiten, natürlich gehört auch Glück dazu. Also ich meine, in diesem Segment, wir sind jetzt gerade im Millionenbereich und das sind in Deutschland kaum jemand und auch weltweit immer noch eine kleine Liste. Ja, da gehört natürlich auch Glück dazu, aber ich, ich weiß nicht, Klaus, ob du es so böse gemeint hast, ich unterstelle das jetzt einfach mal, ich unterstelle das mal, um was dazu sagen zu können. Das gehört aber eben auch dazu. Also nur, ich sage mal, nur zu Hause zu sitzen und zu beklagen, dass die eigene langjährige Arbeit gar nicht wahrgenommen wird, ist natürlich auch schwierig. Dann müsste schon ein Millionär zufällig auf der Straße vorbeifahren und an der Haustüre klingeln. Natürlich sind Menschen wie Gurski und andere auch sehr rührig und sind eben auch unterwegs und machen sich bekannt und sprechen mit Menschen und stellen ihre Arbeiten vor. Das gehört eben tatsächlich bei den Millionenbeträgen definitiv auch dazu. Leider sind es Kunstkritiker, die für hoch und tief schuld sind. Ein gutes Bild kann auch nichts wert sein. Das ist ein sehr schlauer Satz, Arnold. Und das ist auch ganz wichtig, diese Bilder sind alle nichts wert. Also auch Gurski, es gibt da keinen Wert, den man irgendwo ablesen kann. keinen Wert, weil der Rahmen so teuer ist oder der Abzug so gut gemacht. Es gibt auch keinen Wert, weil der da jetzt mehr oder weniger lang dran gearbeitet hat. Es gibt auch keinen Wert, weil das schön über dem Kamin aussähe. So, es gibt halt nur einen inhaltlichen Wert, der eng verbunden ist mit dem Künstler und der, ja, damit entweder überzeugt oder nicht. So, das Bild wird dadurch, dass er nicht überzeugt, tatsächlich auch nicht schlechter, nur es wird halt nicht gehandelt. So, und dann sind wir natürlich tief und deswegen habe ich gesagt, ist ein Einstieg ins Thema, eigentlich auch in der Kapitalismuskritik. Dann müsste man, das gleiche können wir auf zig Sachen anwenden. Auf die Frage, warum sind manche Sachen so teuer, obwohl sie es eigentlich nicht wert sind oder sind sie es wert und der Preis spiegelt halt die Einzigartigkeit wieder. das ist aber eine, sagen wir mal, eine Diskussion, die wir heute nie zu Ende bekommen würden. So, nächste Seite und ihr merkt, ich steige jetzt die Treppe langsam hinab. Jetzt hatten wir diese riesigen, ähm, jetzt hatten wir diese riesigen Millionenbilder und Fotos und das sind ja wirklich nochmal echte Exoten. Also glaubt nicht, dass da, das sind riesige Namen, riesige Exoten und die verdienen, die wenigen verdienen Geld. So ist das Leben, das Leben ist, gerade im Kapitalismus, ich sagte es und wir leben ja alle da drin, nicht gerecht. So, vielleicht ist es sogar gerecht, aber immer wird es Leute geben, die sagen, wow, das ist aber nicht gerecht. Ihr wisst, was ich sagen will. Aber ich steige einfach mal weiter runter. So, und weiter runter heißt jetzt mal zu normalen Spitzenfotografen. Wir nehmen einfach mal normale Spitzenfotografen und ihr seht hier eine riesige Liste und so riesig ist die dann gar nicht. Das sind so 120, glaube ich, äh, rund, unterschiedliche Fotografen, die ihr hier seht und, ähm, das sind alles Magnum-Fotografen. Jetzt muss man sagen, Magnum, die habe ich jetzt rausgesucht, ähm, ist halt eine Fotoagentur, eben keine Galerie, aber eine Fotoagentur, also ein Treffpunkt für die Spitzenfotografen, der Welt. Und ich bin jetzt heute mal Magnum-unkritisch, auch da kann man sich ja die eine oder andere kritische Frage stellen, ist schwer beim Magnum überhaupt reinzukommen, da kann auch nicht jeder Mitglied werden, es geht nur auf Empfehlungen und, äh, wenn wieder jemand ausscheidet, kommt wieder jemand Neues rein, also das ist ein sehr exklusiver Zirkel von Fotografen, meist, ja, meist journalistisch-künstlerisch. So, das ist so, glaube ich, das, was bei denen darüber steht. Gegründet, unter anderem von Henri-Cathier-Bresson, Ende der 30er Jahre, und zwar als, ja, Selbsthilfeverein, wenn man so will, äh, weil es bis dahin eben im Prinzip noch kein Recht des Fotografen am Bild gab und der hat diese Agentur mit einigen anderen großen Fotografen, Robert Kappa zum Beispiel, gegründet, um einfach die Rechte der Fotografen zu vertreten, also nicht die Bilder zu verkaufen, damit Geld zu verdienen, das ist auch schön, so, äh, sondern dass irgendwie klar war, die Agentur managt die Rechte dieser Fotografen und die ist da auch hammerhart, wenn diese Rechte verletzt werden. So, guter Ansatz. Guter Ansatz, bevor das alles wie heute ja auch rechtsmäßig in vielen Staaten oder fast allen Staaten auch verankert war. Und, ähm, ja, da haben wir halt schon die Auswahl der aktuell führenden, weltweit führenden Superfotografen. So, aber wir reden ja heute nicht über weltweit führende Fotografen, die ich, ich gestehe, auch größtenteils nicht kenne. Also mit Name-Dropping und Kollegen-Namen aufzählen, ich muss auch immer nachgucken, wer was gemacht hat. Also keine Sorge, so ein Superhirn bin ich auch nicht. Ihr könnt euch da ja mal umschauen, sind ganz tolle Fotos dabei. Und, ähm, die verkaufen eben auch Fotos. Und ich habe hier mal rausgesucht, die Verkaufsseite von, ähm, Höpker, Thomas Höpker, ganz, ganz bekannter Fotograf, hier auch, äh, schon eine große Ausstellung in meiner Heimatstadt gehabt. Ähm, und, ähm, da können wir mal sehen, wie der hier seine Bilder im Prinzip anbietet. Und, ähm, eben Blick auf, äh, äh, nix, Robert Kappa, genau, habe ich, ich hoffe, ich habe Robert Kappa gesagt, habe ich mich versprochen? Nein, ich würde mich ja nie versprechen. Ja, ich bin ja immer perfekt. Ähm, ähm, Magnum Fotografen, schreibt Martin, sehr erlesener Kreis, ist richtig. Äh, auf Amazon Prime gibt es Serie Magnum Kontaktcheeks, die kann man bei Magnum eben auch kaufen und da passt ein bisschen auf, da komme ich nämlich jetzt zu. Ähm, warum die dich von der Homepage gelöscht haben, äh, Na, ist doch ganz einfach, du bist so gut, so, dass du nicht da unter 100 auftauchen musst. Die arbeiten gerade daran, dir eine Special-Seite zu machen. Da bin ich ganz sicher. Da bin ich ganz sicher. Äh, so. So, also wir haben da natürlich diese Einzel-Editionen, wenn man so will. Jeder, der Fotograf, kann da Bilder verkaufen und ihr seht, Thomas Höpker hat hier eben eine Auswahl an Einzelfotos. Ähm, hier natürlich auch ein bisschen verkaufsfördernd, äh, Mohamed Ali, äh, der natürlich auch in dieser prominenten Edition dann auftaucht und ihr seht da Preise, die weit schon, also nicht nur weit, sondern tausendfach unter dem liegen, was wir eben gesehen haben. Man bekommt hier Originalabzüge für, ja, hier haben wir, äh, dieses mit der Faust 2200, 2100 Euro. Hier ist mal eins, aber das ist auch so ein herausragendes Motiv, auf dem die Faust so riesig abgebildet ist, äh, das bestimmt auch eine hohe Beliebtheit hat, das wird für sie knapp über 7000 Euro verkauft und, ähm, so ist das ähnlich auch bei den anderen Fotografen. Ich hab eben mal so ein bisschen rund geschaut und dann bekommt man halt einen Originalfotoabzug. Aber man bekommt eben nicht nur das, sondern man kommt eine limitierte Edition, das ist in dem Punkt eben ganz, ganz wichtig, das gilt natürlich auch für die ganz teuren Fotos, soweit wie wir sprachen, das sind Einzelstücke, aber auch hier bekommt man eine limitierte, klar nummerierte Edition, ähm, der man auch aufgrund des Namens Magmund, der man eben auch vertrauen kann, da gibt es nicht jeden Tag eine neue Edition, sondern mal 100, mal 200, das kann man dann auch sehen, wie viele das sind und die sind auch nummeriert, man kommt aus einer bestimmten Edition, ein nummeriertes Exemplar ähm, und in manchen Fällen, das ist eben auch hier noch immer unterschiedlich, ähm, ist das Foto auch noch signiert. So, das heißt, man hat eine Original-Signatur auf dem Foto. Das alles repräsentiert das Problem der Fotografie. Ähm, Fotografie, das wirklich Einmalige, ist ja vielleicht erstmal das Negativ oder in unserem Fall jetzt das digitale Negativ. So, das muss aber eigentlich auch erst nochmal bearbeitet werden. Dann steht aber einer Massenvervielfältigung nichts mehr im Weg. So, und da hatte der Kunstmarkt lange Probleme mit, weil natürlich, auch das spielt eine Rolle, neben dem ganzen Künstlerkram, den ich eben erzählt habe, ähm, spielt natürlich eine Rolle, dass Einzigartigkeit auch den Preis wieder steigert und die ist schwer zu erreichen. Ein Trick war früher das Negativverbrennen. Wenn das dokumentiert war, dass das negativ verbrannt wurde oder mit dem Abzug gekauft wurde, dann konnte man natürlich ganz andere Preise erzielen. erzielen. Auf der anderen Seite schlecht, einfach nur irgendwie limitieren und wie gesagt, ein Jahr später dann nochmal ein paar draufhauen und nochmal ein paar mehr drucken. Ist auch ein bisschen shady, ähm, aber da steht natürlich jetzt hier so eine Firma wie Magnum hinter und die sagen, okay, die sind limitiert und, ähm, ihr kriegt da mit der Unterschrift des Künstlers auf jeden Fall einen Originalabzug und von diesem Abzug existieren jetzt auch in dieser Qualität und aus dieser Reihe und Auflage tatsächlich nicht unendlich viele. Es gibt das auch in anderen Kombinationen, es gibt auch, ähm, Bilder, die nicht in einer limitierten Auflage erscheinen, die aber auf jeden Fall unterschrieben sind, auch zumindest ein direkter Verweis auf den Fotografen, eine Originalunterschrift, auf oder hinter dem Foto, das klar macht, das ist ein Abzug entweder vom Original negativ oder von der ersten, von der Datei und nicht eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie und eben klar, wie ein Autogramm eben auch nochmal ein Wert, also da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten und Abstufungen. Was ich aber, ich sagte, es geht jetzt so langsam bergab, äh, was ich zeigen will, selbst ein Höpker, einer der bekanntesten Fotografen weltweit, ähm, kann jetzt da auch noch nicht mal 5 oder 10 oder 20.000 mal eben für ein Bild nehmen, sondern die werden jetzt eben für den Preis verkauft. Da wird natürlich jetzt vielleicht auch über Menge, klar, der verkauft dann auch einige, ist kein sicher, kein armer Mann, aber die Preise sind da bei Fotografen auf jeden Fall geringer, wenn man, äh, wenn man so sagen will. So, und, äh, dann gibt es eben noch ganz unterschiedliche Möglichkeiten bei Magnum und da sieht man eben auch so ein bisschen die Vielfalt, äh, dessen und ich mache hier keine Werbung dafür, ne, also, auch das, hallo YouTube, keine Werbung, die haben mich hier nicht irgendwie gesponsert oder so, ähm, die bieten eben auch die ganze andere Range der Möglichkeiten der Vermarktung von Fotografie, äh, äh, an. Und das ist hier vom Posterdruck im Prinzip, man kann ja auch, von verschiedenen Bildern für 60 Dollar ein Poster kaufen, man kann, und da sind wir beim Doc eben auch, äh, Kontaktprints, äh, kaufen, ähm, die dann eben auch originale Kontakte sind, die kosten dann eben auch 279 Dollar, wie ich hier gerade sehen kann, plus Zoll und Mehrwertsteuer, was weiß ich, also Vorsicht, aber es ist zumindest, ja jetzt, da muss man jetzt kein Millionär mehr sein, also, wenn ich einen totalen Favoritenfotografen habe, äh, und will mir einmal im Leben was Geiles gönnen, was ich mir dann schön eingerahmt, pasparturiert an die Wand hänge und kriege einen Original-Kontaktabzug, äh, von dem, ähm, dann bin ich eben vielleicht auch bereit, mal 300 Euro zu bezahlen, dann kommen wir ja in, in, in einen bezahlbaren, äh, Bereich und natürlich gibt es hier auch so kleinere Prints, die dann auch von verschiedensten Fotografen, äh, hier sogar in limitierter Edition ohne Unterschrift, ist ja auch nicht schlecht, hier ein Elliot Irwitten, bekanntes zum Beispiel, für 400 Dollar, also das ist schon alles, ähm, ich sag mal, völlig im Bereich, ähm, erschwinglich werdend, das ist ja auch kein Scheiß, den man kauft, das ist ja auch tatsächlich ein Kunstwerk, ähm, mal schauen, ob ihr wieder was, äh, auch mit Rechtschreibfehler, Arnold, äh, bei Amazon Prime, seine Videoserie zu den Kontaktbögen mit Interviews von Höpker, sehr sehenswert, guter Hinweis, schaut mal, wer Amazon Prime hat, Doc, wer es übersehen hat, weist darauf hin, dass zu diesen, äh, zu dieser Reihe, äh, der Kontaktabzüge, da eben, äh, ein Film gemacht wurde, von Magnum vermute ich mal, oft ja natürlich mit Arte oder sowas zusammen, äh, hau ich jetzt einfach mal raus, könnte ja sein, äh, zu diesem Thema. Kontaktbögen sind natürlich auch was Tolles, weil man den Arbeitsprozess, man sieht ja, ist ja wie eine Timeline, man sieht ja, wie der Fotograf gearbeitet, äh, hat. So, ähm, nächstes, äh, das ich rausgesucht habe, ist Lumas, und Lumas ist, äh, Lumas oder Lumas ist eine deutsche Fotogalerie, und, ähm, da, die haben auch eine Menge Fotografen, ich habe hier mal die Seite für euch rausgesucht, äh, so thematisch, was man vielleicht schon sieht, auch im Vergleich jetzt zu Magnum, das ist schon alles ein bisschen augenschmeichelnder, also die haben auch, sagen wir mal, Kunst, schwierigere Sachen, oder Dinge, die, ähm, oder Fotos, die, äh, ja, jetzt, äh, in der Reihe gehören, oder so, aber im Großen und Ganzen sieht man schon, worauf es hinausläuft, die haben einen tollen Laden in Berlin, in Hackischen Höfen, wer da mal vorbeikommt, wir haben ja, glaube ich, auch Berliner unter uns, schaut euch das mal an, und, ähm, ja, ja, aber, ihr seht es schon, ganz tolle Fotos, und ich sag's mal, sehr brutal, ich will jetzt hier niemandem wehtun, geht alles deutlich über das hinaus, was man in so Foren sehen kann, ähm, aber, äh, äh, aber schon, eycatcher, so, und da spielt schon auch eine Rolle, äh, wenn ich jetzt mal hier so die Blumenmotive aufrufe, großartig, wie Gemälde, teilweise eben auch sehr groß, ähm, dann sehen wir da eben ganz deutlich, ähm, dass die auch, und wenn ihr die im Original seht, vor allen Dingen, entschuldigt, den Satz muss ich noch da vorfügen, wenn ihr die im Original seht, die sehen auch klasse aus, die sind aber auch sehr poppig abgezogen, weil die mit Whitewall zusammenarbeiten, also da gibt es irgendwie einen Geschäftskontakt, vielleicht sogar einen Besitzer, Whitewall, dieser Fotoabzug-Service, der High-End-Print macht, vielleicht kennt ihr den, arbeitet mit denen zusammen, und, ähm, ja, dementsprechend kann man, wenn man jetzt so ein Bild hier kaufen will, hier so ein riesen Blumenmotiv, zum Beispiel, oder ich suche mal eins raus, das jetzt besser zu meinem Vortrag passt, nehmen wir mal diesen malerischen Baum hier, ähm, kann man in der Range, ihr könnt das vielleicht lesen, von 499 Euro, da sind wir eigentlich, da kriegen wir einen signierten Höpker für, ich sag's nur mal so, äh, bis 1400, das liegt dann daran, wie groß man das Bild haben will, und hier sieht man auch so ein bisschen, naja, ähm, und da hab ich so ein klein bisschen Bauchweh, ich freu mich, dass es Lumas gibt, aber es ist schon natürlich so, Kunst als Einrichtungsgegenstand verkaufen, ist hier schon ein Thema, äh, und dann kann man eben die Größe auswählen, äh, und man kann auch, äh, bei manchen, also nur den Abzug bestellen, oder man kann sie cashieren lassen, oder im Prinzip dieses Sortiment, das ja auch Whitewall anbietet, dann auf diese Originalfotos anbieten, ähm, ja, jetzt gibt's hier Editionen, einen richtigen Hinweis auf Limitierung, ich will jetzt da nichts Falsches sagen, und denen vor's Bein pinkeln, wo es, äh, keinen Sinn macht, äh, aber eine richtige Limitierung, ähm, gibt's da nicht, immer zumindest, ist, also man kauft eher so ein bisschen die Größe des Bildes, das finde ich insgesamt ein bisschen schade, also nochmal, ich freue mich, dass es Lumas gibt, äh, aber, na klar, die müssen Geld verdienen, äh, und sind eben keine feine Galerie, die mit Millionen Bildern handelt, sondern müssen auch Masse machen, äh, aber es ist schon so sehr populäre Fotografie, sehr künstlerisch, also ich meine, das ist jetzt eine andere Frage, schau dir hier mal diese, diese Bilder an, die ich gerade, äh, aufgerufen habe, ähm, auch das ist schon, kriegt von mir den Stempel Kunst, so, da gibt's schon, äh, Fotografen und Maler und Grafiker, die sie ja auch verkaufen, äh, die da, äh, sich sehr in ihr Thema, also auf die jedes Kriterium für Kunst eben auch zugreifen, zutrifft, die könnten auch im Museum hängen, sagen wir es mal so, aber Lumas sucht dann da schon aus diesem Kunstbereich jetzt nicht die schwierigen Bilder raus, die abstrakten, traurigen, sondern schon die, die man sich auch aufhängen möchte, ich hoffe, ich hab das jetzt klar gemacht, manchmal bin ich auch zu kompliziert, befürchte ich, Einrichtungsgegenstand, schreibt der Franz Fiedel, gefällig, ähm, so ein Zeug, das in Zahnarztpraxen hängt, ja, da hängen jetzt, du hast recht, da hängen jetzt nicht unbedingt Lumas oder, sagen wir mal, solche Originale, aber da hängt dann vielleicht auch mal ein Poster, aber es stimmt, auch ein bisschen, was Ikea könnte, die Bildrechte auch kaufen, äh, und, äh, nochmal nicht böse, ich geh mal auf Menschen, um da nochmal einmal so einen anderen Einblick zu haben, tolle Menschenfotos, also, ich bin ja Menschenfotograf, knie ich nieder, sind ganz klasse, klasse Bild hier, die Dame mit der Zigarette, äh, die ja auch nicht jetzt klassisch, auch das wäre so ein Foto, wo meine, viele, nicht alle, aber viele meiner, äh, YouTube-Kollegen jetzt, äh, sagen würden, ja, aber muss die die Zigarette so doof im Mund haben, und, äh, kann die nicht eher ein bisschen weiter rechts stehen, oder irgend so ein Krempel, tolles Bild auf jeden Fall, aber, natürlich trotzdem irgendwie poppig und gefällig, auch der David Bowie da, das ist schon Freddie Mercury, äh, so ein bisschen im 80er-Jahresstil mit Farbverfremdung, ne, ähm, die Beatles hier, aber, ist doch mal ein Schnapper, ich mach keine Werbung für die, aber das seht ihr, die Beatles, man kauft dann das Bild, äh, ob für 98 oder so, das ergibt sich dann aus dem, was man möchte, äh, aber da gibt es jetzt auch nicht so viel, so viele Infos, und wie gesagt, auch nicht unbedingt eine Limitierung, ähm, aber ich hab gesagt, wir gehen mal weiter runter, so, das jetzt nicht weiter runter, das ist nur, falls wir noch einen Maler unter uns haben, oder jemanden, den das interessiert, das ist die Galerie Menzing, und Menzing ist, äh, ein bisschen wie Lumas vielleicht, äh, eine Galerie, die ich schon früher, äh, Massenkunst verkauft hat, also, oder Kunst, nein, sagen wir Kunst, aber an die Masse, so, etwas preiswerter, äh, wir haben hier jetzt keine, ähm, keine Preise auf der Seite, äh, deswegen kommen wir da nicht weiter, aber ihr seht schon die Auswahl der Künstler, äh, wenn ich mir mal einen aussuche, das sind eben auch alles schon so, hippe, hippe Künstler mit Werken, auf die das Gleiche zutrifft, was ich gerade sagte, und das ist auch, geht mal zur Art Cologne, wenn die Corona-Geschichte vorbei ist, äh, schaut euch die Art Cologne an, und da wird ja Kunst und Umsatz gemacht, das ist eben nicht die schwierige Kunst, das ist Kunst ohne Frage, tolle Sachen, aber, auch, die ist auch immer ein bisschen gefällig, so, sonst wird der Kunstmarkt ja auch nicht funktionieren, so, äh, Martin Ziereisen schreibt, Deko-Fotografie ist doch eine eigene Sparte der Fotografie, mhm, boah, man kann das natürlich machen, wenn man Geld verdienen will, so wie, äh, Stock-Fotografie, also wenn man den netten Zahnarzt, äh, beim Bohren lächeln lässt, oder die, äh, was weiß ich, die, äh, die junge Dame, äh, mit den Geschäftsunterlagen läuft durchs Gebäude oder so, so kann man vielleicht auch Deko-Fotografie machen, aber ob es eine eigene Sparte ist, also es ist eine Verdienst-Sparte, wenn du das meinst, bin ich sofort bei dir im Boot. Jamari Lior hat auch ihren eigenen Stil, ja, die finde ich tatsächlich, ich beobachte die natürlich auch, und sie hat natürlich unglaublich viele Follower und ist ja seit bestimmt 10, 15 Jahren so eine Internet-Foto-Persönlichkeit, ähm, hat sie, ähm, aber ich weiß nicht, naja, ich habe jetzt aktuell auch länger bei ihr nicht geguckt, ähm, vielleicht kann ich so eine Persönlichkeit ja auch mal ansprechen und ihn zum Interview holen, ich will da gar nicht zu kritisch sein, aber bei irgendwas hat mich da immer, sie verkauft sie eben selbst sehr gut, aber das ist auch kein Vorwurf, ach, okay, und die Bilder sind sehr artifiziell schön, sie sind schon sehr schön, eigener Stil, aber auch sehr schön, hm, Banski wird hier noch genannt, wenn jemand Jamari Lior kennt, die kommt aus der Gegend, das sage ich mal, also ganz physisch, falls jetzt Corona vorbei wäre, könnte man sich auch relativ leicht begegnen, äh, ich wohne hier schon in so einem Hotspot, wo viele derer, die man kennt, unterwegs sind, ähm, genau, Arnold, ist Geschmackssache, aber ich zucke auch, weil, ich habe nur irgendwas im Hinterkopf, wenn ich den Namen höre, aber, keine Frage, so jemand würde ich sehr, sehr, so eine Fotografin, äh, Kollegin würde ich sehr gerne auch mal im, im Interview haben, so, und jetzt gehen wir eben noch einen Schritt bergab, und das ist einfach auch ein Light vielleicht, der Fotografie und der Kunst, so, bei meiner Recherche, ich wollte eben noch gucken, das ist mir wirklich so untergekommen, skandalös, wie ich finde, ähm, nochmal, ich hatte so Fotos kaufen eingegeben, so, und dann kamen relativ schnell so, hier so Bild und Rahmen, und kleine Galerien, und auch andere, eine ganze Reihe, eine riesige Reihe, von, äh, von Händlern, die irgendwie Fotos für, ziemlich kleines Geld verkaufen, so, wie Stockfotos auch, so, und man kann das dann wählen, man kann die Größe, kriegt dann irgendeinen Abzug zugeschickt, ohne jedes Zertifikat, ohne alles, äh, und kriegt dann so ein Bild, und bei so einem tollen Bild von Louis Armstrong, fragt man sich ja, boah, da haben die aber einen geilen Vertrag, mit einem tollen Fotografen, da hat man auch so ein bisschen das Gefühl, ah, man kriegt irgendwie ein Original, oder so, und dann, gebt mal Louis Armstrong Foto kaufen ein, da kommen aber ganz viele Galerien, die dieses Louis Armstrong Foto verkaufen, und das hat mir einfach, ich hab mir einfach gefragt, okay, wer ist denn jetzt der Fotograf, wieso verkaufen die alle dieses Bild, ähm, und, äh, ich glaube jetzt noch nicht mal unbedingt so billig, und, ähm, ja, in dem Fall kostet es sieben, 41 Euro, wenn ich richtig lese, man kann dann noch einen Rahmen dazu nehmen, 41,97, und, äh, ja, da unten taucht was auf, was mich dann noch nachdenklicher gemacht hat, Wiki Images, Wiki Images, aha, okay, ähm, und da bin ich einfach mal eine Seite weitergegangen, und siehe da, auf Wiki Images findet man, äh, gemeinfrei mittlerweile, dieses Bild von Louis Armstrong, und das war da mal, das steht hier unten in der Bildbeschreibung, das war da tatsächlich mal so ein Bild des Tages, das da aufgetaucht ist, ähm, dass, äh, ja, in irgendeiner Form, äh, da mal gefeatured wurde, wie einige andere Bilder auch, und das auch tatsächlich gemeinfrei ist, deswegen ist das auch nicht illegal, aber es liegt in der Library of Congress, also, äh, der, der großen amerikanischen Kongressbibliothek, die Quelle ist für viele, viele gute Dokumente, äh, Schriftstücke, und eben auch Fotos, und ich hab dann nachgeschaut, ich weiß nicht, ob ich das im Folgebild jetzt noch habe, aber ich glaube nicht, war auch nicht so wichtig, äh, es gehört zu so einer Sammlung von allgemeiner Fotografie, bei der nicht klar ist, wer der Fotograf ist, und die deswegen, äh, von Staats wegen jetzt aber trotzdem freigegeben wurden, und der Public Domain, also der freien Verwendung, zugeführt wurden. Ja, und dann, wir sehen, wo das hier verwendet wird, bei Wikipedia, und wo es so rumspringt, was es da für Originale gibt, es gibt das Original TIF als Download, so, und da bedienen sich, und das finde ich wirklich frech, frech, äh, da bedienen sich tatsächlich dann so Unternehmen, die davon Abzüge fertigen, das brauche ich glaube ich nicht dazu zu sagen, das ist natürlich viel zu teuer, einen 40 Euro für einen Abzug, dann ladet euch hier in der Kongressbibliothek, einfach das Original TIF runter, und lasst euch einen gleichen Abzug für 3,75 Euro, äh, bei jedem guten Fotohändler machen, meinetwegen auch noch einen besonders guten für 15 Euro, dann habt ihr wahrscheinlich, wahrscheinlich was besseres, als ihr für viel Geld bekaufen könnt, also, ähm, das nur so zu den Abgründen, ich habe ja gesagt, heute geht es mal bergab mit uns, zu den Abgründen, die da so lauern. Ja, meine Lieben, dann schaue ich jetzt noch mal hinein, in den Chat, was ihr denn da noch geschrieben habt, so ein bisschen hatte ich ja, heute, schon das Thema, der Klaus schreibt, liebe Hasengemeinde, das Like nicht vergessen, ja bitte, ich sehe ja immer, wie viele im Chat sind, und auch dauerhaft, und lange zuschauen, wenn es euch nicht gefällt, würdet ihr ja abschalten, also bitte nicht vergessen, auf den Daumen nach oben zu klicken, und natürlich auch sonst, bitte Werbung machen, für alles, was ich hier tue, die Neuen, bitte nicht das Abonnieren vergessen, auch das, äh, muss man ja immer noch mal dazu sagen, äh, und, äh, Arnold schreibt, hat sie kennengelernt, jetzt ist die Frage ganz offen, hast du sie bei einem Shooting, als Modell, oder, ähm, als Lehrerin oder so kennengelernt, oder hast du wirklich ein Draht? Wenn du ein Draht hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihr, äh, in irgendeiner Form, mal eine Nachricht zukommen lässt, und sag, da gibt es so einen schäbbeligen Typ, mit, äh, Mütze, der ist aber ganz nett, und der würde dich gerne mal im Interview haben, ich kann dir auch selber ansprechen, ich bin groß, äh, und kein Problem, aber wenn, wenn du guten Draht hast, wäre das nett, wenn du jetzt sagst, ja, ist schon lange her, Riesendraht ist das nicht, dann mache ich es selber, das würde mich sehr freuen, ich habe euch ja schon öfter gefragt, wenn ihr gute Kontakte habt, auch für Gäste, oder, äh, dann immer gerne, äh, ich muss gestehen, äh, ganz vorsichtig, seit dieser Kanal jetzt, ich drücke mich ja bescheiden aus, aber ein bisschen erfolgreicher geworden ist, so, kriege ich schon mal die ein oder andere, Frage von, ich sage mal, ganz normalen, sehr, sehr lieben Menschen, die einfach mit mir in der Sendung über Fotografie reden wollen, ähm, ich habe euch echt gern, äh, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, wenn ich sage, okay, hier ist mir schon lieb, wenn ich, äh, wenn ich normale Menschen einlade, dann sind es Freunde von mir, so, habe ich ja auch schon mal hier, aber da kenne ich ganz viele Freunde, die einfach nur um die Ecke kommen, müssen, sich mit mir hier hinsetzen, und dann haben wir mit mehreren ein bisschen mehr Spaß, äh, und wenn ich jetzt Gäste, die ich ankündige, habe, äh, jetzt wie, Andy Grabo war ja jetzt auch hier, und, äh, nächste Woche auch der Volker, dann sind das schon Profis, äh, die uns auch im Gespräch mit mir und mit euch, auch allen irgendwie ein bisschen was bringen, das will ich nur, ähm, in dem Fall mal ganz, ganz vorsichtig in die Runde werfen, äh, Bilder pro Pixel verkaufen, schreibt der David, ja, da habe ich eben was gelesen, da muss ich mal noch mal nachforschen, es gibt jetzt tatsächlich die Möglichkeit, virtuelle Anteile an Bildern zu kaufen, ähm, es gab so ein Bild einer Rose, das ich jetzt tatsächlich auch nicht so richtig prickelnd fand, deswegen, ich habe es nicht ganz verstanden, und da hat ein Konsortium, das da eine Million für bezahlt hat, so Anteile, äh, virtuelle Anteile an diesem virtuellen Kunstwerk gekauft, äh, das ist, äh, scheinbar so eine ganz neue Sache, da muss ich aber gestehen, habe ich mich auch noch nicht so richtig schlau gemacht. Ach, Jürgen, das ist natürlich total lieb, das ist einer der besten Kanäle, das finde ich sehr, sehr lieb, ähm, aber Jürgen, es bestätigt sich halt, ich mache einmal wie Dienstag eine Sendung zur A1, Sony A1, und habe direkt in zwei Tagen, wie zumindest tausend Zugriffe, äh, und, äh, das ist halt, wenn ich jetzt regelmäßig jeden Tag oder alle zwei Tage irgendwas zur Technik machen würde, und man sieht es ja, ich bin nicht, ich meine das gar nicht böse, aber kann auch jeder Blödsinn sein, ich habe hier 30 technische Geräte, und ich stelle jedes technische Gerät einmal vor, und sage, finde ich gut, finde ich nicht gut, dann werde ich definitiv vom Start weg mehr Zugriffe, als bei so einem schwierigen, oder bei einem Thema, wo man auch mal am Ball bleiben muss, oder mit mir mal diskutieren, oder auch unterschiedlicher Meinung sein kann, naja, aber auf jeden Fall euch ganz, ganz danke, ich weiß ja, auf euch kann ich auf jeden Fall zählen, und ich lasse mich ja auch, ich bin bis unter die Haarspitzen motiviert, und ich lasse mich auch nicht demotivieren, alles ist gut, aber ich betrachte es realistisch. So, dann lasst uns doch, also ich hoffe, der Ausflug in die Foto, ich weiß schon selber den Titel nicht mehr, Kunstmarkt, auf den Fotokunstmarkt, hat euch Spaß gemacht, zeigt natürlich auf der anderen Seite, wir, und damit meine ich, in dem Fall meine ich euch und mich, und so, mit Einzelfotos Geld verdienen, ganz, ganz schwierig. Vielleicht, wenn ich mal 30 Jahre Fotograf bin, und mich nach wie vor sehr bemühe, bis dahin, Kontakte zu Museen und Galeristen zu halten, und dann werde ich vielleicht mal entdeckt, ist eine Möglichkeit. Der ein oder andere von euch, der was ganz Besonderes macht, der jung einsteigt, und die richtigen Kontakte hat, hat vielleicht da auch eine Möglichkeit, aber zum Geld verdienen, ist es halt, ganz, ganz schwierig geworden, mit einzelnen Bildern selbst, und ich sage es mal so hart, wie es ist, selbst Nackedeihfotos, also Aktfotografie, auch ein Thema, das ich unbedingt nochmal mehrfach und in Ruhe hier behandeln möchte. Auch Aktfotografie war natürlich vorher so eine, früher so eine feste Bank, mit nackten Damen konnte man Geld verdienen, ist leider die Realität. Selbst das geht ja nicht mehr, die Welt ist ja voll mit Aktfotografie, und da braucht man sich gar keine Hoffnung zu machen. Ich danke euch auf jeden Fall für die Komplimente, die ich da am Rande mitlese. So, und heute beim letzten Mal, wie gesagt, wenn es so spät wird, nach einer langen Unterhaltung, das hätte ich dann unfair gefunden, aber ich möchte mit euch heute bei Instagram reinschauen. und da wie immer die neuesten Fotos, die habe ich doch schon mal was vorbereitet. Und nochmal, heute hatte ich noch nicht mal Zeit zu gucken, auch hier haue ich wieder einfach, oder sage ich allgemein, zu den Bildern, die da an uns vorbeirauschen, vielleicht kurz was, und einzelne Bilder, die mir hervorstechen, suche ich raus. Tatsächlich sticht aus irgendeinem Grund dieses Bild, ich hoffe es ist, ja toll, ja, quadratisch gefällt es mir gut. Das hat zwar, das hat was Abstraktes, und das hat was sehr Dynamisches, und ich könnte es mir schon in so einer Reihe, Sail Away, wie hieß der, Rod Stewart, oder so, könnte ich es mir vorstellen, aber ich könnte es mir auch in Zusammenhang mit anderen abstrakten Bildern vorstellen, die eben mit Linien spielen, und mit Dynamik. Also das ist mir gerade tatsächlich so ein bisschen rausgesprungen. Das macht mich auch neugierig, muss ich sagen. Auch schön, ich mag das Quadrat. So dieses Spiel mit den verschiedenen Ebenen, und auch da, ihr wisst ja, ich denke eher in Reihe, das gefällt mir auch als Einzelfoto sehr gut, muss ich sagen, aber da wäre natürlich spannend, so ein Weg in die Abgründe, in die U-Bahnen, oder auch ähnliche Spiele mit Reflexionen und mit Durchsichten und Einsichten und verschiedenen Wirklichkeitsebenen, drinnen sein, draußen sein. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Marius Müller, Berlin, dann ist es ja die Berliner U-Bahn. Wer war das? Thomas Binnsteiner. Auch sehr schön. Da haben wir mal was Theater, da muss ich draufklicken, weil das ist ja so Veranstaltungstheater-Fotografie. Das ist doch der Helge, nicht der Helge Schneider. Das ist doch der, ach, ihr, das ist das Affentheater. Das ist das komplette Affentheater mit dem Hauptmatador, und ich komme nicht drauf. Schallereignissortierer. Ah, jo, mein Lieber, Jürgen, das wusste ich nicht. Ja, Jürgen, schönes Bild, haut rein, das ist jetzt im Quadrat ganz schwer beschnitten. Also, wenn ich das nicht sagen würde, würde mir auch bei allem Regeln ablehnen, jetzt manche an die Gurgel springen. Das ist natürlich jetzt sehr abgeschnitten, rechts und links. Das ist bestimmt ein Querformat gewesen, mit einem eigentlich besseren Ausschnitt, den du jetzt für Instagram so gruselig abgeschnitten hast. Sehr schönes altes Bild, das kann man auch machen, alte Archivfotos kann man nehmen. Das macht mich noch neugierig. Ist das Foto? Ach, das ist er auch. Jürgen, mein Gott, habe ich die heute schon zum zweiten Mal erwischt. Ah, ich dachte jetzt, ja gut, ich dachte jetzt, das sah im Kleinen so aus, als wäre das fotografisch oder malerisch verfremdet. So, ach, ihr habt wieder viele Bilder geschickt, das freut mich sehr. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Das, ach, Holzapfel Frank, also Frank Holzapfel wahrscheinlich. Ja, so liegt da der Großstadt. Ist vielleicht aber auch ein Thema, das ich selber manchmal ganz gerne mache. Und auch hier, wie eben bei dem Berliner Fotos der U-Bahn, schönes Spiel, so mit Reflektionen und eben auch nicht so einem eindeutigen Motiv. Würde auch gut in der Reihe gehen. Da muss ich wieder die Reihe sagen, Gesichter sprechen immer an. Da bin ich ja auch nicht frei. Sehr schönes, im besten Sinne rosiges Gesicht. Wer hat das gemacht? Max macht Fotos. Und da wäre jetzt genau der Streitpunkt. Ich würde zu 100% wetten, dass manche meiner Kollegen sagen würden, ja, ist ja ganz schön, aber wo ist die Beauty-Retusche? Und ich bin so dankbar für jeden, der so eine schöne Frau aufnimmt und nicht nachher an ihr rummalt. Das sind eben, klar, man hat rote Wangen, es ist ja auch offensichtlich kalt. Und das sind eben auch Begleitumstände. Ich habe schon mal gesagt, ein Pickelchen wegretuschieren, kein Problem. Auch insbesondere, wenn das Modell sagt, den habe ich da ja normalerweise nicht, kannst du den wegmachen? Na klar. Aber rote Wangen bei Kälte würde ich immer lassen. Und dann sind die eben auch, wie sie sind. Mehr Menschlichkeit bitte in der Menschenfotografie. Mehr Menschlichkeit in der Menschenfotografie. So, ach, sind eigentlich eine Menge schöne Fotos. Hier haben wir mal so einen erotischen Ansatz. Erinnert auch ein bisschen an ein Bild, das ich auch irgendwo habe. Das ist, boah, Arno, ich muss meine Augen austauschen, Arno, Lamia, Vita, Stefanie. Das ist aber lange. Wer immer sich dahinter verbirgt, vielleicht ist es ja jemand, der heute hier ist. Auf jeden Fall erotisch. Ein bisschen und über erotische Fotografie möchte ich auch gerne nochmal reden. Ist ja auch nochmal was anderes als Aktfotografie. Ein kleines bisschen an dem Punkt ist die Pose ein bisschen verkniffen. Also an sich ein schöner Ausschnitt, sexy, eben auch erotisch ansprechend. In dem Fall wahrscheinlich natürlich eher für heterosexuelle Männer. Na gut, oder für lesbische Frauen, ohne Frage. Aber es ist schon, würde sie das machen, was sich selber berühren, ist okay, aber dann macht man es vielleicht nicht so, vorsichtig gesagt, so steif. Etwas steif. Es ist so, wir machen jetzt ein erotisches Foto vom Bauch. Steck doch mal die Hand so ein bisschen in deinen Slip und mach die Hose auf und zeig deinen Bauchnabel. aber man hört quasi noch den Fotografen das sagen oder die Fotografin in dem Fall ist es, glaube ich. Man hört das noch im Bild und da, das ist schwierig und gelingt mir auch nicht immer, aber das sollte nicht zu hören sein, wenn man das Bild anschaut. Jetzt bin ich gar nicht ganz sicher, wann wir das letzte Mal Bilder geguckt haben, aber ich glaube, das ist auch noch mal eine Mischung aus Spiegelung toll im Vorbeigehen, so ein flüchtiger Moment in diesem dunklen, was immer das da ist, in dieser dunklen Umgebung und die Doppelspiegelung, dass man noch kurz so einen Blick erhascht und man hat schon das Gefühl, okay, aber die nächste Sekunde ist sie, also die Dame, die da durchs Bild geht, eben dann auch verschwunden. Danach das Bild mal auch noch auf. Das ist schön ungewöhnlich, das ist David Halski, von dem haben wir, glaube ich, auch schon mal Bilder gesehen. Der macht viel so schwarz-weiß, aber das ist mutig, die Augen sind nicht zu sehen und es ist mehr so ein, es geht ja nicht, es ist mehr so ein dynamisch menschliches Foto, das offensichtlich, in dem Fall offensichtlich gestellt ist, weil es gibt, glaube ich, keinen Moment, wo ein Mensch so aussehen würde, aber das, fast wie eine Maske wirkt das ja, wirken die Haare hier und das macht auf jeden Fall neugierig. Guck mal eben, von wem das noch war, ach, auch David Halski, okay, wow. Ja, wenn ich hier so manche öfter dabei habe, liegt es wahrscheinlich schon einfach an meinem Geschmack, ich habe es, ich schwöre euch, ich habe es nicht vorher rausgesucht. So, und hier haben wir, glaube ich, schon darüber gesprochen, ich glaube, über die Pfützen, meine ich, hatten wir schon gesprochen, hier auch noch ein tolles Porträt, ich bin jetzt unsicher, weil ich natürlich selber manchmal gucke, weil ich natürlich selber manchmal schaue. So, ich gucke aber mal, bevor ich, ich kann ja gleich nochmal zurückblenden, wenn notwendig, ich sage nämlich hier so mit einem Auge, dass ihr relativ viel geguckt habt. So, für Künstler, Fotos und Preise, ich weiß nicht mehr genau, wo wir waren, hier irgendwo mit Fenstern und Durchgängen, die Formatvorgaben, ja, die sind furchtbar, aber es ist tatsächlich einfach für uns im Moment die einfachste Möglichkeit, Bilder zu zeigen. Ich finde dann noch ganz andere Sachen furchtbar, dass nur seriell und nicht wirklich hier reingezeigt werden können und, 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 aber ist ja jetzt mal für uns hier eine Möglichkeit. Knäbel, genau, den habe ich eben gesucht. Doc ist weg, schönen, schönen Abend noch. Lichter der Großstadt, ja, immer wieder schön. Robin ist auch heterosexuell, das ist schön für dich, sagt deine Frau. Das ist beruhigend. Lustig wäre jetzt, ich bin auch heterosexuell, sagt mein Mann. Aber, schön. So, also, kleiner Blick auf eure Bilder. Ich habe es ja oben die ganze Zeit eingeblendet, ihr seid ja auch eifrig dabei, tickt eure Fotos mit Hashtag Fotobufjournal. Wir gucken nächste Woche auch wieder rein. Volker ist auf jeden Fall auch ein guter Bildergucker, mit dem habe ich tatsächlich auch vor Jahren mal Bildergucken als ein Kanalformat gemacht, aber das war 2007, da war YouTube noch nicht so am Start. Da war der aber auch schon dabei. Und, ja, wir gucken vielleicht auch zusammen mal noch ein paar eurer Bilder. Ich sehe, die Stunde ist lange schon wieder rum. Ich wünsche euch an diesem Punkt auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich selber auf nächste Woche. Ich freue mich wie immer auf euch. Schreibt ruhig noch ein paar Kommentare, drunter liked und bitte teilt das Video, wo ihr nur könnt. und auch die anderen Videos, damit unser Hasenstall pfleglich, langsam aber sicher, pfleglich und fein wächst. Macht euch noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen. Tschüss ihr Lieben. Haltet die Ohren steif und glasen aus dem und lebt in die Ohren steif und lebt in die Ohren steif und lebt in die Ohren steif Vielen Dank.